Also heute im Maidenflight Beta FPV Parvo 25 mit der Beta FPV Insta360 SMO 4K Kamera. Ich habe hier eine Caddx Vista verbaut, Express LRS wie man sieht. Dazu ist die Nebulon Nano Pro mit drin als FPV Kamera. 14.04er Motoren, wenn es scharf steht irgendwann einmal. Von Home FPV und die AGRC AIO 25. Original Setup habe ich leider nicht da gehabt. Darum habe ich jetzt einfach das genommen, was da gewesen ist. 650 mAh FOTATO ist noch dabei. Und Beta FPV 4.3.1 mit dem Preset von... Oh Gott, wie heißt jetzt der Knaller wieder? Ja, ich schreibe es doch in der Beschreibung, weiß jetzt nicht mehr genau. Aber ich glaube, wir haben 3 Inch Cinewop, sind ja recht viel zur Auswahl. Gut, dann schauen wir mal, was das gute Teil bringt. Hier Express LRS vom Beta FPV. Die 1 Watt Version, beziehungsweise die etwas neuere. Und dann gucken wir mal. Die 2 Watt Version, beziehungsweise die etwas neuere. Und dann guckt ein weiter. Das bou deaf in der Roland солнлег. Das blaue s Trello in 5v. Achaufen Sie die meisten Areas. Hier Herrgünen, beziehungsweise dieema und 4,5 tentesten. Dann guckt in der Kopf partition. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020